Jedes Event, was von World of Trucks zum Einlösen ist, folgt mir das. Ihr klickt drauf, meldet euch an, geht auf Events und hier seht ihr quasi, ich tue es ja auch erstmal auf Deutsch übersetzen, aber ich bin ja Deutsch, mit ein bisschen Schokie-Pokie im Kopf. Dann kriegt ihr auf einmal diese Weihnachtsbelohnung. So, dann steht hier, einlösen für Steam. Ich habe es ja gerade gehabt. Dann drückt ihr quasi dann hier drauf. Jetzt sagt ihr, es ist ja bereits in meinem Steam-Konto. Dann müsst ihr das Ganze nochmal verknüpfen, wie gesagt, mit eurem Account bestätigen und dann wird es quasi hier oben mit dem Gegenstand angezeigt. Also, den Truck für ETS, den Truck für ATS, Schokolade im LKW. Na, Schatz, das wäre doch was für dich. Vielleicht kriege ich dich ja dann so reingeloggt. Nein, ich setze dich dann vorne in den Führerhaus rein, dann kannst du mit Schokolade... Lass mal drin, schneide ich nicht raus. Genau, das waren quasi diese fünf, die wir dann auch bekommen haben. Wir haben ja hier einmal dieses, den Skin für ATS. So, also. Und dann habt ihr es eingelöst. Dann sieht quasi dann so die Benachrichtigung aus, dass im Steam das hinzugefügt wurde und mehr ist das nicht.